Alucards Party ist in vollem Gange. Besonders gut kommen seine Getränke an. Er hat das Blut in vier verschiedene Geschmacksrichtungen unterteilt. Es gibt die Sorten A, B und AB und Null. Alucard hat dafür das Blut der Menschen nach ihren Blutgruppen getrennt. Denn Blut ist nicht gleich Blut. Das erkannte bereits im Jahr 1900 der Mediziner Karl Landsteiner. Er entdeckte, dass die roten Blutkörperchen von zwei unterschiedlichen Menschen bei Kontakt oft verklumpten, was für den Menschen tödliche Folgen haben kann. Bluttransfusionen verliefen im 19. Jahrhundert daher häufig tödlich. Landsteiner und seine Mitarbeiter fanden heraus, dass das Blut in vier Gruppen eingeteilt werden kann und kamen damit dem Phänomen der Blutzellenverklumpung auf die Spur. Weißt du noch, welche vier Gruppen es sind? A, B, AB und Null. Die Blutgruppen werden durch zwei verschiedene Strukturen auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen bestimmt. A und B. Diese Strukturen heißen Antigene. Wir haben sie hier als blaue Dreiecke und grüne Kreise dargestellt. Menschen mit der Blutgruppe A besitzen nur Antigene vom Typ A auf der Oberfläche ihrer roten Blutkörperchen. Menschen mit der Blutgruppe B besitzen nur Antigene vom Typ B. Vermutlich kannst du dir denken, welche Antigene sich auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen bei Menschen mit der Blutgruppe AB befinden. Typ A und Typ B Und die Blutgruppe 0? Die roten Blutkörperchen der Menschen mit dieser Blutgruppe besitzen keinen der beiden Antigentypen. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017